Dramatische Minuten, die der Rapper Jamule erst viel später begreift. Zu Lebzeiten war seine Mutter in einer bekannten Girlband und hat einen Hit nach dem anderen produziert, bis sie dann nicht mehr unter uns ist. Der Rapper kann sich noch gut an diesen Tag erinnern, denn als er zu Hause ankommt, weiß er noch nicht, dass dieser Tag ihn sein ganzes Leben begleiten wird. Seine Familie ruft den damals noch unbekannten Jamule zu sich und erklärt ihm, dass seine Mutter nicht mehr am Leben ist. Doch als Kind begreift er nicht, was sie ihn versuchen zu erzählen. Er geht einfach ins Zimmer und zockt. Er dachte sich, irgendwann kommt seine Mutter wieder. Doch aus Stunden wurden Tage und Jahre. Sie kam nie wieder. Der heutige Rapstar hat zum ersten Mal diese Geschichte im Interview ausgepackt und erzählt von seinem Schmerz. Heute wäre seine Mutter verdammt stolz auf ihn. Denn auch ihr Sohn ist ein bekannter Musiker und vielleicht hat er all das von ihr geerbt. Weitere Infos zu Jamule oder auch anderen Rappern findet ihr jetzt auf Instagram Rapcheck. Schaut da vorbei und viel Spaß. An die Rapcheck Community. Jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rapwelt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über diese Story von Jamule? Und hättet ihr gedacht, dass er sowas Emotionales einfach mit der Community teilt? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.